So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ihr seht hier eine Raid Einladung zu einem Koblosio Raid. Ich habe einen Fan Raid Pass, weil ich damals für, ich weiß gar nicht was es war, das Sehntrio? Nein, Katagami Kargoron. Ich glaube Kargoron habe ich gesagt, brauche ich noch, ich muss jetzt unbedingt so ein 3er Bundle kaufen und habe mich zu Kargoron einmal einladen lassen und habe dann gemerkt, das war gar kein neuer Pokédex Eintrag, den hatte ich schon. Habe aber dadurch natürlich noch zwei Fan Raid Pässe übrig, wo ich jetzt wieder einen brauche für Koblosio, denn der ist ja nur in der westlichen Hemisphäre. Wir sind in der östlichen Hemisphäre, bei uns gibt es die Mauer. Wenn ich mal kurz in den Community Tab schaue, sieht man eine Condor Übersicht im Community Tab zu Koblosio, das Teil ist Geist und Feuer. Ihr nehmt also Wasser gegen Feuer, Boden gegen Feuer, was will ich, Gestein gegen Feuer, dann ist wahrscheinlich Boden gegen Geist, dann habt ihr Geist gegen Geist, ihr habt Unlicht gegen Geist, also die haben hier Despo da, die haben hier Trigefalo, die haben Kyogre, das haben die da. 1884 ist der 100er Wert. Ich bin jetzt in einer Lobby, zusammen mit, hier steht Gomji, Cheffe, Immensiens, Feuerwehrfra, Linus, Mystical Miku, Genaya, Kaiser Kai und natürlich Blood and Tears. Blood and Tears hat mir das Event Ticket für das Ultra Dimensions Wunder Event geschenkt. Blood and Tears hat in der Raidgruppe bei Telegram auch einen Koblosio Raid gepostet. Ich habe das Teil ja nicht, ihr habt den Schatten gesehen. Ich bin alleine, ich musste heute schon einen Muramura Raid machen, ich habe mich total unwohl gefühlt, nachdem ich ein Jahr lang in Begleitung von Pupsi durchs Leben gehen konnte, in Meiningen, sie also als meine Begleiterin fungiert hat, bin ich jetzt momentan alleine unterwegs. Also Jonas ist dabei, aber ich merke, boah, ich traue mich gar nicht mehr raus, gar nicht unter die Menschheit. Der Zahnarzt hat mich so zurückgeworfen in meiner ganzen geistigen Entwicklung, dass ich jetzt schon wieder nur noch mit Panik und Ängsten zu tun habe, wenn ich irgendwo alleine bin und jemand guckt dich schräg an und du bist gleich komplett weg. Jetzt zu Hause hier ist es wieder okay. Jonas ist da, ihr hört ihn vielleicht, den habe ich in sein Stühlchen gesetzt, ich habe da was zu trinken gegeben, habe gedacht, vielleicht schaffe ich es, weil ich durch Zufall gesehen habe, dass Sarina den Raid postet. Ich hier zeigen will, mit was ich kämpfe und was das ist und wie ich mir den Pokédex-Eintrag hole. Es ist also alles bisschen chaotisch momentan, bisschen verzwickt, bisschen kompliziert. Hier haben wir jetzt Koblosio mit 18, 48. Wir müssen den ja fangen. Boah, der hat auch so einen riesengroßen heftigen Kreis. Das finde ich auf jeden Fall cool. Denn Muramura hat ja schon so einen Kreis. Aber das ist ja auch so ein Riesenteil. Da habe ich gedacht, das ist irgendwie wie Katagami, eher bisschen kleiner, bisschen spargeliger. Aber der steht da und hat fast noch größeren Kreis als Muramura und sieht mega lustig aus. Und irgendwie bewegt er sich auch kaum. Der geht nicht nach links, der geht nicht nach rechts, der hüpft nicht hoch, der fliegt nicht rum, der macht keine Saltos. Das erinnert mich ja schon fast an Groudon. Das heißt, du musst nicht mal warten, bis er angreift und dann werfen. Du wirfst einfach drauf. Hättet der jetzt nicht noch zehnmal rauskommen können? Ich hätte gerne den weiter beobachtet, wie der einfach nur da steht und wann der mal angreift. Ansonsten ist das ja so ein entspannendes Fangen gewesen bei dem Teil. Jetzt hier auch den Pokédex-Eintrag. Was? Wer hat denn beim Pokédex-Eintrag seinen Kopf bewegt hin und her? Nein, Jonas, ich bin schon da. Guck, drei Sterne. Drei Sterne. Korblosio. Pokédex-Eintrag. Das ist... Was soll noch dein Trinken? Wops. Drei Sterne Pokédex-Eintrag. Korblosio. Das war's von meiner Seite aus. Ich habe einen Raid gemacht für den Pokédex-Eintrag. Ich werde keinen weiteren Raid mehr machen, weil das würde mich ja jedes Mal wieder einen Fan-Raid-Pass kosten. Aber ich habe doch gar keine Fan-Raid-Pässe. Vor Ort kann ich die nicht machen. Also ich könnte, aber mache ich ja nicht. Und deswegen werde ich Muramura raiden. Solange Muramura da ist und Korblosio da ist, werde ich Muramura raiden und lebe mit diesem einzigen Korblosio, den ich jetzt habe. Wie sieht das bei euch aus? Auf wen habt ihr mehr Bock? Korblosio oder Muramura? Habt ihr mehrere Korblosio vorzumachen? Werdet ihr Fan-Raden? Ich bin aber überlegen, ob ich vielleicht am Wochenende Fan-Rades anbiete. Rades für Zuschauer am Sonntag. Eben wegen Korblosio, dass die Leute die Chance haben, den zu kriegen. Oder ob ich es nicht mache. Ich bin mir noch unsicher. Mal gucken, wie es passt. Ihr seht ja, es ist dann halt immer sehr laut. Es ist stressig. Jetzt sitze ich hier fünf Minuten. Es geht schon nicht mehr. Nur kurz in den Stuhl gesetzt, damit er was trinkt. Er braucht schon wieder Bespaßung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out forhaut. Euer Ramse.